Hey ihr Lieben und Willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder mit dabei ist Lisa. Hey. Wir werden in Fort Pinta diesen Back hier an der Disco machen. Ich habe das schon mal in einem Video, glaube ich zumindest. Aber es ist total lustig. Ihr müsst jetzt einfach hier dagegen rennen. So gut es geht. Och, ich habe das Video, glaube ich, immer noch, als du da auf den Stühlen feststellst. Also wir laufen jetzt hier einfach mal so 3-4 Minuten. So, wir sind jetzt ein bisschen gelaufen und dann dreht ihr euch langsam und ihr flutscht ziemlich weit weg. Ich wurde abgeholt. Ja, nein du stehst immer noch hier. Aber es sieht schlimmer aus, als es ist. Guckt, hier ist Lisa. Und hier ist sie auch. Wie geht das? Outsch! Wieso geht das? Galoppiert? Was? Die Sprennen und da springst da und wie ein Herz. So, dass sie meine Hörte gucken können so. Und die Luft und dann rennt sie wieder weiter. Alle drei Schritte machen das. So wir haben sozusagen ein zweites Mal gemacht. Und jetzt drehe ich mich mal auf diese Seite. Und im Zaun hängen geblieben. Du bist schon wieder abgeholt! Ich muss jetzt nochmal, ich wurde schon wieder abgeholt. Was laufe ich da? Ich muss es nochmal machen, ich bin im Zaun hängen geblieben. Nein, stopp, stopp, stopp! Deine Koffe muss die Wetter kommen! Ja, man hört jetzt eine Kaffee-Maschine und eine verrückt gewordene Nies an. Ich nehme immer noch auf. Eine Maske! So, ich versuche es jetzt mal. Wui, 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 wui! Wua, stopp! Ich wäre fast aus Vorpinta rausgeflogen! Hey, Lieber! Leute, schreibt mir dann unbedingt mal in die Kommentare, was für Haare ich bzw. wir nehmen sollen. Sollte ich auch die blonde nehmen oder sollten wir eine andere kaufen? Zum Beispiel die, die ich auf Lila habe, eine die ich auf Lila hatte. Diese braunen, weißt du noch, die ich mal auf Lila hatte? Ja, die finde ich mega schön. Wollen wir die kaufen? Okay. Wir können ja die kaufen. Ich habe genug Star-Kreins um sie zu leisten. Also, ich versuche es jetzt nochmal. Ich versuche mal aus vor Pinta zu kommen. Uah! Volle Kanne in den Baum! Hallo! Ich bin aus vor Pinta! Uah! Ich habe es geschafft! Ich bin aus vor Pinta hinausgeflogen! Irgendwie werte ich jetzt kommen! Nein, du bist hier! Ja! Ich weiß! Ich bin aus vor Pinta zu kommen. Ich bin aus zurückgespielt wieder. Weißt du was? Ich gehe die Haare kaufen. So, und jetzt muss ich Tschüss sagen zu den pinken Haaren. Ich muss Tschüss sagen zu den blonden Haaren. Ja, pink und blond! Ich sehe so bedeppt aus. Ich weiß! Ich kaufe sie jetzt! Juhu! Wenn du die Mütze siehst... Uuh! Ich habe nur 32! Wie viele Schillinge? Ähm... Keine Ahnung. Äh... Star Coins! Ich habe... Du siehst auch aus! Jetzt sehe ich komplett anders aus! Ich suche mir jetzt mal ein hübsches Outfit zusammen. Ich nehme immer noch auf! Ich nehme immer noch auf! Ich nehme immer noch auf! Das sieht total bedeppt aus! Das wissen wir! Ich habe keine gute Hose. Ich reite jetzt einfach mal so im Zeugs herum! Tump! Tumpari! Tump! 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 Ich muss mir heute neue Hosen kaufen. Ich ziehe das Sattel... Nein, dann habe ich meinen kleinen Buschel nicht mehr. Ach, wie ich die Haare vermisst habe... ich habe sie so geliebt auf leila ich bin froh dass ich sie auf ihr lea nur habe aber ich glaube die sind was so wie ähnlich an meinen alten haaren aus als sie noch viel heller waren eine disco kugel ich ziehe mir jetzt den schnauz an oder auch neck ich habe diese jacke ja ich habe diese jacke die ich auf leila auch gehabt habe gekauft was habe ich denn hier ist das schwarze so ich habe jetzt viel zu wenig auslauf wolle kann in den dings da gerutscht hey pferd was frisst du denn da ich bin im pferd von der da drin ich bin im pferd von der da drin hilfe die kamera vergleichen soll ich mir dieses t-shirt auch kaufen aber ich habe ich habe ich weiß wie man kann ohne sattel und ohne satteldecke ein körper neben sich hier haben hä leute das eichhörnchen von lisa ist immer noch da obwohl sie das ding ausgezogen hat soll ich das machen was das wort ist ohne sattelzeuges ohne den sattel kannst du das eichhörnchen neben dir haben und wie geht das diese rosen diese rosen kann ich nicht lassen die habe ich ich sehe aus wie im lucky wenn ich will ich habe spirit und ich habe ihre autos ich habe diese der kann diese auch was wirklich hier schon du hast dieses kleid nein hä was hast du denn für ein kleid das habe ich bei einer kreis bekommen aha los zeig wie du es gemacht hast zeig es und hier seht ihr live wie sie das das eichhörnchen macht ja auf dem boden mit dir ich weiß aber nicht so was klappt ich weiß es klappt dass es bei mir auch geklappt hat und heißt ja nicht dass es bei mir klappt sollte es eigentlich schon darf ich mal das werde ich mir merken leider hier habt ihr noch ein schönes trick das ist ein kleid das ist plötzlich das ist ein kleid das werde ich mir merken leider hier habt ihr noch ein schöner trick das ist ein kleid das werde ich mir merken von der da gehört von der da ich kann mir heute vier pferdis kaufen wenn ich will weil ich live time werde wohooo soll ich mir jetzt eigentlich so ein so ein nordschwedisches kalt blu kaufen das schwarze schön ab welchem level geht das ab level 1 ok ich bin stufe 13 ich bin stufe 13 so ich glaube bevor wir euch jetzt hier noch ganz verwirren mit irgendwelchen geschwafeln du siehst du komisch aus mit diesen haaren wir müssen was hast du für augenfarbe ich bin viel heller als du und habe keine roten backen oder eine rote lippe aber und jetzt kommt die dann das geklaupte lachen da wenn du es immer nur nach oben hast ja ja genau das habe ich gemeint sie kriegt jetzt gerade wieder ne störung im kopf wir müssen jetzt hier weg hör hier sehr lieben Was rennst du denn da? Du bist kein Hund, der den Schwanz fressen will. Ich suche mal das. Ich kann den Chat nicht öffnen. Ich schon. Tschüss. Ich kann nicht mehr bewegen, wenn ich winke. Ich schon. Tschüss ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.